Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von Pascado.TV. Heute filmen wir die Erste Hilfe AG. Viel Spaß dabei! Okay, wir haben uns jetzt jemanden aus der Rettungs-AG geschnappt. Kannst du dich mal vorstellen? Hallo, ich bin Fabienne Reuge und komme aus der 7C. Okay, was macht ihr so in der letzten Zeit in der AG? Okay, wir haben die Rettungsausgänge besprochen und die Schilder von Feuerwehr und die Nummern. Okay, cool. So, wir haben uns jetzt nochmal zwei Girls aus der AG geschnappt. Könnt ihr euch mal vorstellen? Hallo, ich bin Leonie Sophie Kramer und gehe in die 7A. Und ich bin die Legitke und bin auch in der 7A. So, was hat euch bisher am besten gefallen hier in der AG? Also erstmals die Gruppe, natürlich auch die Trainer und natürlich auch was wir bisher gelernt haben und das finde ich sehr schön. Ja, ich finde es schön, dass man hier lernt, wie man anderen Menschen helfen kann. Das war es wieder mit einer Folge Pascado.TV und der Erste Hilfe AG. Wir hoffen, es hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss! 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 Bis zum nächsten Mal.